Der Schmetterling. Symbol des Sommers und der Wärme. Im kalten Europa werden die Tiere aus den Tropen importiert. Schmetterlingsfarmen sind nicht nur Touristenattraktionen, sondern auch zentralen für den Handel mit diesen Tieren. Wie dieses Mariposarium in Costa Rica. Hier laufen die Bestellungen aus der ganzen Welt zusammen. Auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht, mit Schmetterlingen zu handeln, ist keine Ausbeutung der Natur. Im Gegenteil, es hilft den Wald erhalten. Hier haben die Besitzer bis vor wenigen Jahren den Wald noch abgeholzt. Heute züchten sie Schmetterlinge für das Mariposarium in der weit entfernten Hauptstadt. Edgar Gorales verdient somit im Wald Geld, ohne ihn abzuholzen. Denn hier leben viele Schmetterlinge, die sie für die Weiterzucht einfangen. Später werden sie einen Teil der gezüchteten Tiere wieder in die Freiheit entlassen. Der Fortbestand ist somit gesichert. Gerade eingefangen bringt der Züchter das Tier in den Vivero, eine Art Gewächshaus. Hier drin können die Schmetterlinge unbehelligt von Feinden leben und sich vermehren. Schmetterlinge sind Trinker. Sie haben keinen Kiefer, sondern Saugrüssel. Hier entrollt eine Ciproeta estenelis den Rüssel und setzt zum Trinken an. Zusätzlich werden die Tiere in der Zucht mit überreifen Mangos und Bananen gefüttert. Mit vollem Bauch ist's erst gemütlich und es wird geflirtet. Ein besonders feuriger Liebhaber ist Heliconius Hecale. Einige Schmetterlingsarten besitzen am Hinterleib oder an den Flügeln Drüsen, die einen Stoff absondern, um das Weibchen gefügig zu machen. Wenn sie sich gefunden haben, sind Schmetterlinge ausdauernde Liebhaber. Die Paarung dauert zwischen zwei Stunden und zwei Tagen. Einige Tage später legt das Weibchen die Eier ab. Aus 100 Eiern wachsen im Vivero rund 90 Raupen heran. In freier Natur überleben nur etwa fünf. Der Züchter sammelt die Eier sorgfältig ein. So schützt er sie vor Krankheiten und Feinden. Die ausgeschlüpften Raupen kriegen täglich frisches Grün. Sie sind wahre Fressmaschinen. Ihr einziges Ziel, möglichst schnell groß zu werden. Aber wachsen können sie eigentlich nicht. Vielmehr schlüpfen sie mehrmals aus ihrer zu engen Haut. Nach der fünften Häutung erstarrt die Raupe. Dann schlüpft die Schmetterlingspuppe. In diesem Moment hängt das Leben des Parides putinus an einem seidenen Faden. Er hält die Puppe in der richtigen Position, damit später der Schmetterling problemlos schlüpfen kann. Die verpuppten Raupen – wahres Gold für die Züchter. Täglich sammeln sie die Puppen ein und schützen sie in der Farm. Sind genug zusammengekommen, ist Liefertag. Von der feuchttropischen Ebene geht's hinauf Richtung San Jose. Die Züchter liefern zweimal in der Woche in die Zentrale. Von Schmetterlingen leben in Costa Rica einige hundert Familien, die überall im Land in verschiedenen Klimazonen verteilt sind. Dank dieser Arbeit sind sie nicht zur Landflucht gezwungen. So familiär die Stimmung ist, beim Schmetterlingezüchten geht es ums Geld. Es ist ein Geschäft, aber ein sanftes und umweltfreundliches. Für jede gelieferte Puppe gibt es je nach Art einen bis zwei Dollar. Es folgt noch der Papierkram. Grenztierarzt und Zollbehörden sind kritisch, denn die Tiere sind geschützt und dürfen nur aus Zuchten exportiert werden. Drei Tage später hängen die Puppen in einer warm klimatisierten Schmetterlingsschau. Hier schlüpfen die Falter. Die Haut ist gerissen, der Schmetterling stößt zuerst die Füße aus der Puppe. Dann den Hinterleib. Und die Flügel. Langsam pumpt der Schmetterling Blut in die feinen Äderchen. Das Entfalten in achtfacher Geschwindigkeit. Es beginnt das kurze Leben als Schmetterling. Innerhalb nur eines Monats muss er fressen, einen Partner suchen, Eier legen. Der wunderbare Kreislauf des Lebens beginnt von vorne. auf die mudde, die die Töne geben, und die das Größte über den Stabendstück gibt, Und die Flügel. Und die Flügel. Und die Flügel. Vielen Dank.